Es gab eine Zeit, in der ich alles hatte. Alle haben mich gefragt, wie ist es, unantastbar zu sein? Die Frage, die Sie eigentlich hätten stellen sollen, ist, was ist, wenn das alles vorbei ist? Get in the middle of it! Sie sind mit gutem Beispiel vorangegangen, als Ihre Mafia-Freunde verpfiffen haben. Wir sind nicht mehr in Brooklyn. Nichts ist weiter entfernt von Brooklyn als dieses Rappenloch. Vom Zeugenschutzprogramm habe ich echt die Schnauze voll. Willkommen in Frankreich. Passen Sie sich an, ich will Ihnen nicht alle 90 Tage einen neuen Wohnort suchen müssen. Und? Haben wir noch dieselben Namen? Nein, wir sind die Familie Blake. Irgendwas zu berichten? Kinder, Schule? Die werden sich schneller einleben, als wir. Du bist wahnsinnig. Danke. Reden wir über die Beschwerden, die es über dich gab. Beschwerden? Korruption, Diebstahl, Bestechung. Ich will meinen Anwalt sprechen. Du beurre de cacahuète. Erdmos Butter. Echte Seite, Interim ohne Futter. Merci. Dummer Amerikaner. Wie war euer Tag? Gut. Sie wissen, was passiert, wenn die Sie hier finden. Dafür gibt's ja Sie, dass das nicht geschieht. Machen Sie mir den Job nicht unnötig schwer. Es ist Jahre her, seit ich bei der Beichte war. Ihre Familie ist die Inkarnation des Bösen. Warum nur all diese Kummer? Und, wie war der erste Tag? Och, nichts. Besonderes. Warum hast du den Klempner umgebracht? Hab ich gar nicht. Ich hab ihn ins Krankenhaus gebracht. Und wer repariert jetzt die Rohre? Und wer baut den Supermarkt wieder auf, der am Tag unserer Ankunft ausgebrannt ist? Hä? Ich hab ihn ins Krankenhaus gebracht.